Hallo und jetzt willkommen bei Let's Play Massive. Jo, wir sind hier auf dem Hauptaccount und ich bin gerade aufgestanden. Wir hatten gestern Abend einen Livestream und der war mal wieder relativ geil. Acht Stunden ging er, diesmal von 18 Uhr bis 2 Uhr morgens. Bei mir von 23 Uhr bis 7 Uhr morgens, muss ich immer ein bisschen nachdenken. Und ja, ich erzähle gleich nochmal was davon. Wir haben ein paar Teams gebaut, zum Beispiel Transfer-Bundesliga-Team, das wäre dieses hier. Dazu haben wir noch gebaut, Transfer-BBVA und Transfer-Premier-League-Team. Genau, so war das. Und ansonsten doch, ich glaube noch ein Fun-Team, genau, mit Akin Fenwar und Heskey haben wir auch noch gebaut. Und ich glaube, wir spielen jetzt einfach mal das Transfer-Premier-League-Team. Ist ja egal. Gestern hatten wir hier noch Thiego Costa in Form, den von Chelsea drin stehen, den 87er. Aber den haben wir danach gleich wieder vertickt, weil der ist ja glaube ich gerade im aktuellen Team of the Week drin oder irgendwie sowas war da. Und ja, deswegen. Erst wollten wir Falcao holen, aber da kostet ja die Transfer-Version 1,5 Millionen. Das ist ja einfach nur komplett übertrieben. Aber naja, darum soll es nicht gehen. Ich will noch mal so ein bisschen drüber reden, über den Stream und so. War auf jeden Fall sehr, sehr geil. Gestern haben wir auch ausnahmsweise 8 Stunden nur FIFA gespielt. Hat aber echt Spaß gemacht, weil irgendwie, das war ganz geil mit diesen Transfer-Squad-Bildern. Weil da konnte man natürlich gut Umfragen machen. Das heißt, da habe ich dann den Jungs gesagt, wen wollt ihr in der Innenverteidigung aus der Premier League als Transfer-Edition haben? Und ja, dann haben die Jungs dann einen schönen Chat schreiben können. Und ich habe dann geguckt, welcher Name ist jetzt am meisten drauf. Wenn welche ganz eng beieinander waren, habe ich nochmal eine Umfrage machen lassen. Aber im Großen und Ganzen hat es echt Spaß gemacht. Es waren wieder echt viele Leute unterwegs. Gestern musste ich bei knapp 750 Leuten den Stream beenden. Aber ich merke heute, dass es gut war. Weil meine Stimme ist eigentlich in Ordnung. Ich weiß nicht, ihr hört es ja jetzt. Ich finde sie ganz okay. Und ich habe schon gemerkt, meine Stimme war kurz davor, wieder diesen Abbruch zu erleiden. Und ja, das wäre natürlich Kacke gewesen. Weil ich habe vor, noch einen Stream zu machen. Und wahrscheinlich soll der heute kommen. Das heißt, ihr seht dieses Video, denke ich mal, Samstagmorgens oder so. Gehe ich jetzt einfach mal davon aus. Bin ich mir nicht ganz sicher, aber müsste so passen. Und ja, da habe ich mir halt überlegt, dass ich Samstagabend dann eventuell einen Stream rausreiße. Weil, um das mal zu erzählen, jetzt gerade ist bei mir Freitagabend, 21 Uhr. Und ich bin vor knapp anderthalb Stunden aufgewacht. Ich weiß nicht, heute habe ich den ganzen Tag verpennt. Normalerweise penne ich nach so einem Stream dann nochmal sechs Stunden oder so. Das ist ja schon ein bisschen was. Aber heute, ich habe echt, warte mal, sieben Uhr morgens habe ich den Stream beendet. Dann bin ich nochmal ins Schlafzimmerchen zur Dame gegangen. Ich bin so circa um halb neun, glaube ich, eingepennt. Ja, und ich habe echt gut und gerne zehneinhalb Stunden oder sowas habe ich gepennt. Und das ist natürlich schon ein bisschen übertrieben auch. Und naja, jetzt warte ich gerade, dass die Dame wieder nach Hause kommt. Dann werde ich wahrscheinlich nochmal was essen. Und dann wollten wir heute eigentlich feiern gehen. Oh, eigentlich bin ich dazu gar nicht in der Lage. Gegner des Teams, muss ich nicht viel zu sagen. Natürlich wieder Premier League. Gut, diesmal war auch Premier League. Aber wir haben nicht Spieler drin, die jeder nutzt. Deswegen sage ich, ist unseres besser. Ne, äh, was wollte ich noch sagen? Joa, und so war das eben. Eigentlich habe ich keinen Bock feiern zu gehen, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich bin echt ein bisschen platt. Aber naja, schauen wir mal. So, ich mache hier einfach wieder hier. Oh ne, offensiv wollte ich nicht mal. Ich wollte individuelle Taktik reinmachen. Hm, das habe ich jetzt auch getan. So, müssen wir haben. Nein. Wieso läuft der da am Ball vorbei? Aber Fabrikas macht das noch. So, hier laufen wir in den Gegner rein. Angel Di Maria. Angel. Ich bin mal zentral auf dem Babo auch nochmal. Oh, da drüben. Seht das? Da kommt der Sané. Sané zieht rein. Bringt die Flanke. Oh. Und da hat der Gegner auch ein bisschen Glück hier. Angel Di Maria kommt reingeflogen. Problematisch war in dieser Situation. Sehr schön von Zuma. Nur das, äh, ja, keine Ahnung. War irgendwie komisch, als ob wir da geblockt wurden. Weil ich meine, Di Maria ist, glaube ich, auch größer als Klischee. Uh. Na, schade. Hier verschätzt er sich ein bisschen mit Koscielny. Aber wir kommen nicht mehr dran. Wer ist er eigentlich? Hm. Da muss ich kurz überlegen. Wer war denn das da vorne eben? Weiß ich überhaupt nicht. Oder war das Fabrikas? Dann haben sie den aber schlecht nachgemacht. Aber ich glaube, es war sogar Fabrikas. Naja, was soll's? Gucken wir mal, wie es ja weitergeht. Bis jetzt. Können wir ganz gut Druck aufbauen. Fabrikas bringt den Ball in die Gasse. Diego Costa am Tor vorbei. Ja, Diego, was los mit dir, Schätzelein? Da zieht er die Pille am Tor vorbei. So, können wir vielleicht hier nochmal holen. Leider noch nicht im ersten. Aber im zweiten. Sehr schön. Aber Klischee rückt nach. Und jetzt fackelt er das Ding nur noch raus hier. Unser Schätzelein im Tor kommt nicht. Emre Can. Emre Can. So, machen wir zentral das Ding hier. Auf dem Emre. Nee, kommt auf dem Angel. Ja, passt trotzdem. So, Angel, läufst du? Jupp, Angel läuft. Angel läuft sogar richtig gut. So, jetzt hier Babotelli. Babotelli zieht durch. Bringt die Flanke in den Rückraum auf. Diego, nein. Diego Costa. Bringen wir die nächste Flanke rein. Fallrückzieher. Hinten kommt Emre Can. Emre Can. Und das gibt es nicht, Alter. Oh, Diego Costa, Mann. Das Tor war leer. Boah, der hat jetzt schon 200% da vergeben. Fabregas mit der schönen Ecke. Und dann kommt, glaube ich, Babotelli reingeflogen. Nee, Mangala ist es. Habe ich mich für da an. Boah, aber Costa, ey. Was er hier für Chancen vergibt. Unglaublich. Fabregas hat so ein geiles Dribbling. Und auch seine Pässe sind eigentlich richtig geil. Der Pass war jetzt nicht perfekt. Aber Fabregas gefällt mir so unglaublich gut. Gestern im Stream schon. Boah. Da hatten wir ein bisschen Glück. Da spiele ich dem Gegner nämlich richtig schön in die Füße. Sachio Mane. Ich bin erst mal zurück hier. Jetzt hier kurz raus. Müsste klappen. Jupp, geht klar. Aber er drückt gleich wieder. Philippe Luis. So, Diego Costa. Jetzt haben wir hier außen wieder Raum für Sachio Mane. Aber schon wieder so ein schlechter Pass. Also Costa, du bewirbst dich aber ganz schön dafür, dass du aus dem Team fliegst. Nee, ohne Scheiß. Costa ist gerade ein bisschen am Abfacken. Gestern hat er, glaube ich, in dem Testspiel das einzige Tor erzielt. War dann zwar noch sein Inform. Aber so viel sollte das ja eigentlich nicht ausmachen. So. Gucken wir mal da vorne. Babo. Ja, Babo. Spielen wir das Ding schön über die Seite. Auf Angel Di Maria. Klischee natürlich nicht der allerlangsamste. Aber eigentlich hatten wir den Wegevorteil. Balotelli zieht nochmal außen durch. Bringt jetzt wieder die Flanke. In der Mitte steht Emre Can. Diego Costa hat sich anscheinend ein bisschen fallen lassen. So, spiele ich nochmal zurück. Weiß nicht auf wen. Na, bringt er hier drüben nochmal durch. Müssen wir aufpassen hier vorne. Ah, ja. Ich hab's mir gedacht, dass er den Loppa sucht. Aber ehrlich gesagt hab ich nicht gedacht, dass er diesen Loppa sucht. So, Sachio Mane wieder. Erstmal das Ding hier raus. Auf dem Emre Can. Emre. Ja, sehr schön. Hier nochmal einen abgelegt. Und nochmal weiter auf die Außen auf Sachio Mane. Jetzt sind sie beide drinnen. Da kann man sich vielleicht mal was erhoffen. Da kann man sich vielleicht mal was erhoffen. Hinten kommt Fabregas wieder. Schusstäuschung. Fabregas. Ja, der muss das auch irgendwie machen. Fabregas, der gefällt mir so unglaublich gut, der Junge. Der ist wirklich gut im Spiel mit drinnen. Und ja, gefällt mir einfach richtig gut. So, jetzt macht der Gegner erstmal Pause. Die Führung sollte Dicke in Ordnung gehen für uns. Er macht jetzt hier einen Wechsel. Und ich glaub, er nimmt Eto raus. Und bringt Benteke. Naja, okay. Muss mich eigentlich gar nicht so aufregen. Weil, ich meine, auch Eto kann das eine oder andere Kopfballtor machen. Und deswegen ist es, glaub ich, Latte. Jetzt geht Benteke schon mal schön in die Mitte. Woppa. Das ist richtig gefährlich, was ich hier mache. Da haben wir jetzt natürlich noch ein bisschen Glück. Erstmal das Ding nach vorne durchbringen. Ja, kommt. Na, machen wir hier nochmal auf den Babo. Hier nochmal einen abgelegt. Und jetzt vielleicht nochmal auf den Babo. Und das ist Abseits. Scheiße, ist das schlecht von mir. Ich hätte einfach durchlaufen können. Ich glaub, ich hatte Fab... Ne, ich hatte Emre Can. Ah, wieso bringe ich nochmal den Pass auf den Babo? Richtiger Fail von mir. So. So, Diego Costa. Komm, ziehen wir mal. Ah, da kommt David. Ne, Fellaini ist es natürlich. Da hätten wir jetzt schön den Spot gehabt. Da musste ich aggressiv draufgehen. Hat auch gewirkt. Weil wir haben jetzt hier den Ball. Ja, spielen wir das Ding erstmal rüber. Sehr schön. Und jetzt Diego Costa. Warum eigentlich nicht? Mh. Und da auch wieder wirklich viel zu überhastet meinerseits. Ich kann gehen. Ich hab doch Weg. Ich hab doch Raum. Aber ich mach's nicht. So, Diego Costa. Ein rüber. Und jetzt hier schön der Doppelpass angesetzt. Diego Costa. Mh. Der will die Butze nicht machen. Der Diego. So, Fabregas mit dem Eckball. Hinten kommt irgendwer. Und irgendwas. Und legt er den Ball nochmal ab. Hat hier auch ein bisschen Glück. Legt ihn uns nochmal in die Füße. Was ist hier los? Freistoß. Für was auch immer. So. Spielt er uns nochmal in die Füße. Sehr schön. Wieder abgefangen. Hier vorne ist die Lücke. Haben wir. Ball. Nein. Also, das ist doch nicht die Möglichkeit. Also, das Spiel heute mag uns mal überhaupt nicht. Sorry, aber wir müssen hier schon 3 oder 4 zu 0 führen. Jetzt machen wir das Ding. Aber mit Mbappo. Mbappo Telly. Und Fellaini. Emre Can. Emre Can. Ich hoffe mal, er hat einen Gegenspieler angeschossen. Aber ich glaube schon. Ja. Nächster Eckball für uns. Fabregas bringt das Ding dahinten. Und da kommt eben Mangala. Glaube ich. Mangala schießt nochmal. Jetzt haut er das Ding hier raus. Müssen wir aufpassen, keinen Konter zu fangen. Ja, fangen wir uns aber. Philippe Luis ist hier hinten noch am Stüssel. Ja, zieht er nochmal rüber hier mit dem Kuhn. Oh, das ist unglaublich. Wie unverdient das ist. Das ist so unglaublich unverdient. Ja, da macht er das Fingerchen vor den Mund. Aber, naja. Da kann ich mich noch nicht mehr drüber aufregen. Weil das ist halt so ein typisches FIFA-Ding jetzt hier. Ist halt komplett unverdient. Er müsste hier 5-1 oder so hinten liegen. Aber, naja. Macht er halt nicht. Weil unsere Jungs da vorne teilweise durch meinen schlechten Abschluss, aber auch teilweise durch deren schlechten Abschluss hier die Dinger einfach nicht machen. So, spielt er hier nochmal rüber. Okay. Wir müssen uns aber konzentrieren und dann machen wir das hier. Weil wenn wir uns weiter so viele Chancen erspielen, dann muss das hier einfach ein Sieg werden. Ich darf mich jetzt einfach nicht hängen lassen und dann passt das. So. Erstmal hier vorne nochmal in die Spitze gespielt. Nochmal ein weiter. Diego Costa. Und jetzt hier vorne durch wieder auf Diego Costa. Und das gibt es doch einfach nicht. Abseits. Abseits. Scheiße. Ach, Angel Di Maria schiebt das Ding eiskalt rein, aber die ist abseits. Na, nicht dem Gegner in die Füße spielen, Kollege. Haben wir. Haben wir. Haben wir. Haben wir. Ganz ruhig. So, spielen wir nochmal hier. Ah. Vorne hin. Denkste dir. Schön abgefangen vom Angel. Und Angel hat nochmal. Na? Ach, Halbzeit. Okay. Äh, nichts. Will ich gar nichts zu dem Spiel sagen. Ihr habt das Spiel gesehen. Unglaublich einfach nur, was in dem Spiel abging. Diego Costa alleine muss einen Hattrick erzielen. Äh, Balotelli hatte glaube ich auch Minimum eine auf dem Fuß. War schon wieder ein krasses Spielchen hier. Diego Costa zieht durch. So, komm. Legen wir mal auf den rechten Arsch. Hätte ich ihn vielleicht auf den linken Eifer lassen sollen und die Flanke bringen. So. Hier schön mit nach hinten gezogen. Fellaini. Was hat er vor? Außenverteidiger steht. Schön abgefangen. Bringen wir hier nochmal auf die Außen. Und nochmal einen weiter auf den Balotelli. In der Mitte läuft Emre Can. Bringt die Flanke. Emre Can. Und das gibt es nicht. Sacio Mané. Mané kommt nochmal. Mané. Oh. Und das. Ja. Ich verzweifle. An Peter Cech. Team of the Season. Nicht Team of the Year. So. Ja. Ganz ruhig Jungs. Ja. Schön. Na. Nicht ganz schön. Ich dachte er würde ankommen. Hier rennt er durch. Keine Ahnung mit wem. Mit Klischee. Ja das wär's gewesen. Also wenn der Klischee mir das Ding jetzt von da noch reingebuchtet hätte. Ich glaub da hätte ich angefangen zu heulen. So. Legt er nochmal nach außen ab. Ist aber ein Wuch für uns. So. Dalle. Angel Di Maria. Ja. Ja Jungs. Die tummeln sich hier zusammen auf einem Platz da. Hm. Ich hasse es ja eigentlich selber. Wenn man lange den Ball hält. Aber. Da hat sich mal irgendwie so ganz und gar keiner angeboten. Ballotelli geht jetzt hier. Na. Müssen wir aber nochmal einen Haken machen. Hier nochmal einen abgelegt. Auf die Angel. Da kommt Benteke von hinten. Aber Di Maria pusht seinen Körper. Di Maria pusht. Bringt die Flanke. Diego Costa. Company kommt noch. Komm Fabre. Ach. Diego Costa. Ja. Da hätte ich eher einen Fabregas am Ball gehabt. Gerne. So. Emre Can. Emre Can. Auch ein Aktivposten bei uns im Spiel. Da kommt die Flanke. Und was ist jetzt los? Keine Ahnung. Abseits. Oder was? Muss ja eigentlich. So. Federini. Bringt nach vorne. Können wir aber wieder abfangen. Sehr schön rausgebracht von Emre Can. Und jetzt hier nochmal einen nach vorne. Auf den Sachio Mané. Nochmal einen weiter. Auf Diego Costa. Na komm Diego. Zieh mal durch. Da bringen wir jetzt die Flanke. Vorne steht Ballotelli. Jetzt mach das. Das gibt es doch nicht. Und jetzt kommt da hinten. Emre Can. Emre Can. Oh fuck. Okay. Schießen kann er nämlich auch nicht. Das haben wir gestern übrigens schon gemerkt. Sorry wegen Handy gerade. Aber es ist gerade so eine Druckphase. Deswegen will ich jetzt auch nicht unbedingt aufs Handy gucken. Gehen wir nochmal schön dazwischen. Ah da spielt er aber hier in den falschen Pass. Und jetzt kommt einfach mal der Lobpass nach vorne. So ich glaube jetzt ist noch ganz kurz Zeit das Handy lautlos zu machen. So. Lautlos ist das Ding. Machen wir das Ding mal auf die Außen. Ist ja noch Zeit. Ist ja noch Zeit Jungs. Das war jetzt das falsche Außen. Will ich mal sagen. Aber Kuhn Gott sei Dank im Abseits. Da hat er den irgendwie so halb zwischen beide gespielt. Thierro Costa da vorne. Der könnte mal einen Kopfball gewinnen. Beziehungsweise. Komm. Aber wenigstens sind es Seiten aus. Ja. Das ist schon mal besser als gar nichts. Aber hier. Coutoir hat auch einen ziemlich schlechten Abschlag. Ich glaube 69 oder sowas. Da kannst du dir ja natürlich nicht sonderlich viel von erwarten. So. Ballotelli hier vielleicht ein bisschen nachgesetzt. Legt sich auf die Fresse. Ballot. So. Haben wir. Na. Foul. Ja. Da gibt dem Marune hier mal eine gelbe Karte. Richtig so. So. Na komm. Machen wir weiter hier. Okay. Fabregas. Bringen wir das Tor. Den Ball schnittig vor das Tor. Ich dachte Philippe Luis würde rankommen. Und jetzt gibt es wahrscheinlich wieder einen Konter. Eben haben wir uns ja schon im Konter gefangen. Eben war es aber glaube ich nach einer Ecke. Na. Mané geht dazwischen. So. Gucken wir mal weiter hier. Erstmal hier hinten ein bisschen Dichte machen. Ja. Da spielt er auch hin. Schön von Mané im Ersten. Dann lässt er sich aber machen. Und Philippe Luis läuft seinen Weg nicht weiter. Ah. Sehr wichtig hier gewesen. So. Jetzt fängt es ein bisschen an Leggy zu werden. Ah. Komm. Bring ihn nochmal einen rüber. Sehr schön. Auf Angel Di Maria. Wir laufen nur leider gegen Klischee. Das ist immer ein bisschen problematisch. Hier vorne können wir aber nochmal einen Ballohr einsetzen. Aber Koscielny. Hier. Na. Oh. Di Maria. Wo spielst du den Ball hin? Ich wusste, dass das saugefährlich ist, was ich da mache. Aber irgendwie habe ich mir gedacht, wir kriegen den Ball, wenn ich rausrücke. Das hätte aber vollkommen in die Hose gehen können. So. So. Hier nochmal einen abgelegt. Oh. Bah. Hätte ich irgendwas im Mund. Nochmal einen nach vorne. Gut. Debussy. Nochmal einen hier an die Kante. Angel Di Maria. Zieht durch. Bringt jetzt den Ball auf Diego Costa. Da, okay, der ist auch im Abseits Der hat das Ding zwar schon wieder komplett verballert Aber war eh im Abseits Deswegen, über sowas muss ich mich nicht aufregen Hüpp, nach vorne, sehr schön Mario Balotelli Nochmal ein nach vorne auf Diego Costa Durch, das gibt es nicht Und was macht Diego Costa Da für einen komischen Spackenschritt Sagt's mir bitte Boah, das Spiel ist verhext Ohne Scheiß, das Spiel ist verhext So, spielt er uns leider noch nicht an Benteke und Kuhn Wollen da ein bisschen rum machen, haben wir aber Was? Na, okay Okay, ich sag da mal Überhaupt nichts zu Also, so ein unverdientes Spiel Hab ich schon lange nicht mehr gesehen Aber schon richtig lange nicht mehr Boah, Alter Wie mir das aber auch auf den Sack geht Ne, jetzt pisst mich das wirklich an Weil ich meine, er holt da irgendwie Mit 0,0 Chancen Also, er hat sich diesen Pass ja nicht herausgespielt Oder so Der Ball kommt einfach wieder komplett Lucky zum Gegner Und bei ihm geht jedes Ding rein Hier vorne auf dem Balotelli durch Bei uns geht irgendwie kein Pass durch Doch, jetzt mal Auf Costa Jetzt bringt das Ding da mal ins Tor Costa Nächste Flanke Und ja Can setzend rüber Oder die Büchi Ne, Can war es glaube ich Der hat den Boxer schnitt Boah, Alter Richtig krass Aber Can ist ein guter Da kann ich gar nichts gegen sagen Vor allem ist der auch nicht dafür da Die Tore zu machen Can ist schon wieder in der Mitte Emre Can Balotelli bringt eine Flanke wie Keine Ahnung Ich bin jetzt natürlich auch ein bisschen verzweifelt Jetzt versuche ich es einfach mit einer Flanke nach der anderen Hauptsache das Ding noch irgendwie ins Tor rein Boah, ist das ärgerlich So, komm Hier noch einmal dazwischen gehen Na Suma Haben wir Ja Und jetzt da vorne durch Nochmal einen rüber Na Costa Kritscht da mal rein Ist kein Foul gewesen Ja, leider kann er jetzt hier nicht unbedingt Pace Boah Da spielt er dem Gegner genau in die Füße Haben wir Nicht Sah so aus, als ob er auf die Außen kommen würde Emre Can ist wirklich ein guter Der macht das hinten Macht der Dichte So, jetzt hier nochmal über die Seite durch Auf Debüchi Angel Di Maria läuft Angel Di Maria läuft Ja Schusstäuschung Jetzt bringen wir nochmal die Flanke rein Diego Costa Der holt aber kein Ding Und Emre Can Das wäre irgendwie Wäre passend in diesem Spiel Wenn nur Emre Can und Fabregas Unsere beiden ZMs die Tore gemacht hätten So Ich glaube jetzt wird abgepfiffen So Noch einmal Noch einmal vielleicht Hier über Debüchi Sind sie alle drinnen Aber wir kriegen das Ding noch nicht mal durch Gibt es vielleicht noch einen Eckball Was Ach keine Ahnung Kriegt er hier noch Geld mit Benteke Das ist mir doch scheißegal Das ist mir doch scheißegal Ob Benteke hier eine gelbe Karte bekommt So Was Ach lutsch mir die Eier Alter Ich glaube da hat er selber nicht mit gerechnet Aber war eigentlich klar Ach Mast So eine Niederlage Ohne Scheiß Mal Das hatte ich schon richtig lange nicht mehr Das ist mal unglaublich Boah Geht mir das auf den Sack Ne Also sorry Ihr habt das Spiel gesehen Der Kerl hatte in dem ganzen Spiel Anderthalb Chancen Macht zwei Tore Wir haben irgendwie 600%ige Und nein Das kann man diesmal Nicht nur an meinem Abschlussfest machen Auch Ja Gebe ich zu Aber das ist einfach unglaublich Ich meine Deswegen hat der Gegner sich natürlich auch so gefreut Weil er gesehen hat Dass er maßlos unterlegen war Das war unglaublich Wie unterlegen er war Boah Ist das hart Ist das hart Scheiß die Wand an Ich meine Bei den Schüssen aufs Tor Selbst da haben wir ja schon Das Doppelte Aber man muss ja mal sehen Dass vor allem die ganzen 100% Da meistens daneben gegangen sind Ich meine Man kann hier schon Wirklich die 15 Schüsse Im Allgemeinen Die kann man hier ganz gut anwenden Guckt mal nämlich an Es sind alle Also ziemlich viele Innerhalb des 16ers gewesen Oder kurz davor Außer ein einziger Schuss Der ist ein bisschen außerhalb gewesen Und ja Beim Gegner geht halt einfach alles rein Boah Ist das Boah Das regt mich echt auf Das regt mich richtig auf Gut Das ist jetzt unsere erste Niederlage Auf dem Account hier Sie musste ja mal kommen Aber dass sie so kommt Ne Da verliere ich natürlich Lieber gegen einen Der wirklich spielen kann Also es heißt jetzt nicht Dass der Gegner nicht spielen kann Aber er war auf jeden Fall schlechter als ich Meine Meinung Ganz klar Man kann jetzt natürlich sagen Wer gewinnt hat recht Aber In diesem Spiel War es definitiv nicht der Fall Wer gewinnt hat recht So Ich würde mal sagen Das wäre es gewesen Für das Video War ja jetzt hier nochmal So ein bisschen Zocki die Lok Und ich würde mal sagen Schön dass ihr zugeschaut habt Wenn es euch gefallen hat Lasst ein Like da Schreibt was in die Kommentare Und kommt mal im Forum vorbei Link ist in der Beschreibung Bis zum nächsten Mal bei Let's Play Massive Macht's gut Ciao